Das ist eigentlich ein kleiner Explorer mit neuer Rumpfform. Und das Schiff ist unheimlich erfolgreich. Es ist super akzeptiert in dem Markt. Wir nutzen die besten Materialien von allen italienischen Zulieferanten. Wir haben hier eine private beach. Wir können alles mitnehmen. Große Tender, 4,5 Meter. Z-Bobs, Große Jetski. Man hat alles eigentlich. Es ist ein Preis, wir fangen an mit etwa 5,5-5,6 Millionen Euro und dann kommt noch die Mehrwertseite dazu. Die Messe ist für uns eigentlich ein Start von der neuen Saison, Fahrsaison. Und auch wenn man etwas Neues hat, ein neues Produkt, kann man wieder neue Kunden interessieren, um so wieder ein neues Schiff zu verkaufen. Das ist unser Ziel natürlich. Das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel. Untertitelung des ZDF, 2020